Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute aus meinem Auto, denn ich drehe heute ein Video, von dem ich dachte, dass es perfekt wäre, das irgendwie unterwegs zu drehen. Und da ich gerade eh unterwegs bin, dachte ich mir, nutze ich jetzt die Zeit. Wir sind effizient, produktiv wie immer, nutzen die Zeit, in der ich auf meine Mutter gerade warte, weil sie gerade einkaufen ist. Ich bin gerade hier im Auto, hab sie hergefahren, hab das neuerdings meinen Führerschein. Und ich möchte heute nämlich ein Video filmen, in dem ich euch meine Tasche zeige und zeige, was ich in den Sommerferien immer so dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Ich habe diese Tasche hier von Longchamp. Sie ist diese olivgrüne, würde ich es jetzt mal nennen. Und da passt ziemlich viel rein. Also ohne Spaß, da passt so viel in diese Tasche rein. Ihr werdet es gleich sehen. Man kann sie wirklich immer ganz gut mitnehmen, wenn ich mal unterwegs bin und nur so ein paar Sachen brauche, indem ich immer so eine kleine Tasche bin, wo einfach nur mein Geld und Handy reinpasst. Aber wenn ich normalerweise unterwegs bin, habe ich immer diese etwas größere Tasche hier dabei. Also als allererstes habe ich hier ein Hemd dabei. Ja, ich habe ein ganzes Hemd dabei. Das ist ein Hemd, was mir mein Freund mal ausgeliehen bzw. geschenkt hat. Und der Grund, warum ich das dabei habe, ist, weil es im Sommer immer relativ warm ist und ich nicht wirklich eine Jacke mitnehme, weil es wie gesagt einfach zu heiß dafür ist, eine ganze Jacke mitzunehmen. Wenn es aber abends mal kühl wird, mag ich es mir irgendwas umzuwerfen oder so und da ist der beste Hack für mich einfach so ein Hemd zu haben, weil das passt zu allem. So weißt du, das Hemd kann man immer irgendwie anziehen und es passt easy in die Tasche rein. Ja, ich weiß, man sollte es vielleicht nicht rein machen, weil es dann einfach nur zerknittert und ich es auf jeden Fall auch mal wieder bügeln muss. Oh mein Gott, da läuft gerade ein Grashüpfer lang. Aber das habe ich auf jeden Fall dabei. Falls es mir ein bisschen zu kalt wird, dann kann man das so gut umwerfen. Also ein sehr guter Hack für den Sommer. Dann habe ich auch immer noch ein Buch dabei. Aktuell lese ich das hier, weil ich liebe es sehr, wenn ich in der U-Bahn, S-Bahn, Bus sitze oder so, mehr ein bisschen Zeit habe, diese Zeit einfach gut nutze und ich lese sehr gerne und möchte auch mehr Zeit für das Lesen wieder verwenden. Deswegen habe ich hier dieses Buch dabei. Bevor wir weitermachen, habe ich hier noch diese kleine Tasche hier vorne drin, wo so ein paar Wertsachen drin sind oder so kleine Dinge. Da habe ich meine AirPods drin. Das sind die AirPods Pro von Apple. Die hat mir bei Apple zugeschickt, also danke an der Stelle. Deswegen habe ich sie kostenfrei von Apple bekommen. Genauso wie mein iPhone 14, was ich auch immer dabei habe, liegt hier aber gerade neben mir. Und meinen Autoschlüssel, der ist nicht von Apple, den habe ich auch hier vorne drin. Des Weiteren, das ist jetzt nicht so wertvoll, aber für mich persönlich hat es auch einen großen Wert zu meiner Kaum-Gemies, die habe ich auch immer dabei. Aktuell habe ich die von Happy Brush, die habe ich nämlich dieses Wochenende geschenkt bekommen. Happy Brush war nämlich ein Sponsor von unserem Creator-Wochenende, auf dem ich dieses Wochenende war und seitdem habe ich die hier drin. Und die sind sogar schon leer. Nach vier Tagen sind sie fast leer. Ich glaube, ich habe noch ein Kaugummi drin. Und ich habe es mir irgendwie zur Gewohnheit gemacht, dass ich immer beim Autofahren Kaugummi kaue. Ich weiß nicht warum, aber ich bin die ersten Male, als ich das erste Mal hier so alleine mit meinem Auto gefahren bin, nicht so gut gefahren, logischerweise, weil es halt die ersten Male waren. Und dann habe ich einfach mal ein Kaugummi genommen und dann bin ich richtig gut gefahren. Und seitdem habe ich irgendwie so diese Assoziation, wenn ich Kaugummi kaue, kann ich gut Auto fahren. Wahrscheinlich ist es vollkommener Quatsch, aber bei sowas bin ich teilweise ein bisschen paranoid und glaube jetzt daran, dass wenn ich Kaugummi kaue, ich gut Auto fahren kann. Naja. Dann habe ich auch noch mein Portemonnaie drin und mein Portemonnaie ist sehr wichtig, weil ich ja alle meine wichtigen Dokumente habe. Also ich habe da meinen Personalausweis dabei, meinen Führerschein bzw. meine Fahrerlaubnis und wir gucken mal kurz ran. Dann, ja halt Bargeld, dann habe ich die Fahrzeugpapiere für mein Fahrzeug. Ich habe auch komischerweise irgendwie immer Taschentücher dabei. Ich weiß auch nicht, warum ich sie in meinem Portemonnaie habe, warum ich sie nicht einfach in meinen Taschen habe. Und halt EC-Karte, Kreditkarte, whatever, ADAC, Krankenkassenkarte. Welche schwierige Dinge, die man eventuell mal brauchen könnte. So, dann habe ich auch immer noch ein Deo dabei. Das ist einfach so ein random Deo, was ich irgendwann mal genommen habe. Also ich habe da jetzt keinen richtigen Favoriten oder so. Ich nehme immer irgendwelche anderen und das ist das, was ich gerade habe, falls es euch interessiert. Aber, naja, ich will auch keine Werbung dafür machen. Auch immer dabei ist ein Regenschirm. Es ist echt schade, dass man das jetzt im Sommer sagen muss. Aber ja, ich habe wirklich immer ein Regenschirm dabei. Ich habe so einen kleinen dabei. Und der hat mir schon oft den Hintern gerettet, sage ich mal so. Weil ich unterwegs war und dann hat es geregnet. Und dann war ich immer sehr froh, dass ich ein Regenschirm dabei habe. Also es hilft irgendwie schon. Zum Beispiel war ich auch letztens in England. Und ich habe mir da auch ein Regenschirm mitgenommen nach England. Wobei ich mir erst dachte, dass es super unnötig ist, ein Regenschirm mitzunehmen in diesem Koffer. Also wir sind nur mit Handgepäck geflogen. Am Endeffekt hat sich das sehr gelohnt, weil es irgendwie drei von vier Tagen dort geregnet hat. Also ja, fand ich auch noch sehr gut, dass ich einen dabei hatte. Und der ist eh so klein, dass ich liebe diese kleinen Regenschirme. So einen großen würde ich mir jetzt nicht mitnehmen. Aber mit so einem kleinen ist es schon entspannt. Dann habe ich hier noch immer eine Haarklammer dabei. Kennt ihr diese Videos auf TikTok, die gesagt haben, dass wenn man sich so diese Haarspangen beim Autofahren reinmacht, und wenn man dann einen Unfall baut, die so richtig hier in den Kopf reingehen. Seitdem habe ich ein bisschen Angst davor und benutze keine Haarspangen beim Autofahren. Ich weiß, ich bin sehr leicht beeinflusst bei von TikTok. Irgendwie ist das so ein bitterer Beigeschmack, den ich jetzt immer dabei habe. Deswegen zieht es nicht beim Autofahren auf. By the way, ist das eine Haarspange von Clay. Die habe ich damals auch auf dem Clay-Wochenende bekommen, als ich da war für das Event. Und ich mag es aber sehr gerne, entweder ein Haargummi oder eine Haarspange dabei zu haben, falls ich unterwegs bin, es warm ist, ich meine Haare hochstecken muss oder so. Ja, passt sehr gut rein. Deswegen nehme ich das auch immer mit. Des Weiteren habe ich noch eine kleine, ja wie soll man das sagen, Notfalltasche dabei. Ich habe das so oft bei irgendwelchen What's in my bag Tags gesehen früher, als ich noch ein bisschen jünger war und immer diese What's in my bag Tags für die Schule gesehen habe. Ich sage es gerade so, als wäre ich schon ewig nicht mehr in der Schule gewesen. Leute, ich habe dieses Jahr wie gemacht. Aber ich meine, früher, als diese What's in my bag Tags noch so ein Ding waren und die alle gemacht haben, hatten alle immer so diese kleine Notfall-Rescue-Bags dabei. Und ich habe das auch mir dann irgendwann mal angewöhnt und ein paar wichtige Sachen reingepackt, die ich euch jetzt mal zeige. Als allererstes habe ich immer eine Bürste dabei. So oft ehrlicherweise bürste ich meine Haare nicht, aber kann ich immer machen. Also nicht unterwegs, meine ich. Dann habe ich auch Sonnencreme dabei, weil es wirklich sehr wichtig ist, sich immer einzucremen und die Sonnencreme auch nachzutragen. Natürlich mit 50, nur das Beste hier. Dann habe ich noch ein paar Make-Up-Produkte dabei, zum Beispiel so eine Foundation-Lippenpflege und Eyeliner, für das ich die nachziehen muss. Das mache ich ehrlich, aber jetzt nie, wenn der Einländer bei mir sehr schnell weggeht. Das sind einfach so ein paar Sachen. Puder habe ich noch dabei und halt noch ein Haargummi. Also Dinge, falls man sie mal braucht, kann man sie benutzen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich das jetzt auch nicht so oft mache. Jetzt ist meine Tasche hier auch schon leer. Also das war meine Sommerferien-Bag. Die Tasche, die ich immer mitnehme in den Sommerferien, wenn ich hier gerade unterwegs bin. Die könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Auto-Format hier gefällt. Vielleicht hätte ich nicht ganz die ganze Zeit so mein Lenkrad ins Gesicht halten müssen. Aber naja, finde ich, hat es euch ja gefallen. Bisschen Spaß gemacht, bisschen inspiriert und euch auch Ideen gegeben, was ihr vielleicht noch mitnehmen müsst in eure Tasche. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Sommerferien und Back-to-School-Videos hier. Auf meinem Kanal kommen dreimal die Woche neue Videos online zu. Genau diesen Themen hier. Und ich glaube, dass für sehr, sehr viele, fast alle, für alle eigentlich was dabei. Also abonniert auf jeden Fall, was nicht zu verpassen ist. Und ich wünsche euch jetzt auch ein wunderschönes Tag, ein wunderschönes Wochenende, wo man auch immer ihr das anhört. Und vor allem schöne Ferien. Und dass wir uns hier ganz bald wiedersehen. Tschüss!